Die Polizei veröffentlichte viele der Textnachrichten, die sich Kazemi und McNair in der Zeit vor ihrem Tod schickten. Diese Textnachrichten zeigten, dass sie ihn häufig darum bat, ihr bei verschiedenen Sachen zu helfen. Zum Beispiel finanziell. Aber auch emotional. Ich weiß Jenny, und sie hat, sie hat niemals gestreckt. Sie war gestreckt, aber im Moment, es fühlt sich, dass es etwas anderes war. sehr gut, das ist etwas anderes. Das war dieetedste Nachfrage.